herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ich hoffe diese wird schneller gehen wir wollten jetzt zur transistor gehen aber warum habe ich mich hingesetzt bevor ich dahin gehe wir haben noch eine kleine sache zu erledigen beim feuer themen und dafür werde ich habe nur 38 seelen der 68 ach ja das brauche ich ich habe ja noch die dinger die seelen weiter lava gelassen gut ja okay ähm aschen one hm um sich auf geht das war doch der gerichtung oder ja 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 dankeschön so zurück zum dahin zurück zum dahin guter finish wieder nicht springen ich hole mal meine Seelen zurück ich dachte schon, ich falle in lava ich hoffe mal knapp 7.000 werden reichen oder naja fast 6.700 ja da hängt ich, ok dankeschön ich hab halt überlegt oh oh das wird ungünstig ok raten entengen gingen uncool ja ja um das würde ich jetzt mal wissen ich bin schon weg ich bin schon weg ich bin wieder da da hast du endlich sehr gut ich hoffe was geht 13 München ich hoffe das reicht dann ich habe den Bomben nehme ich das habe ich gekauft äh Ah, ich kann noch 5 tragen maximal. Ah, okay, der Rest ist verstaut. Ich hab mich schon bewundert. Okay, dann. Ich hab das Ding immer noch nicht ausgerufen. Äh, war egal. Äh, zurück zum Dämonenkönig. Wo war das denn? Ein Feuerdämon, meine ich. Das war nicht hier. Wo war das nochmal? Oh Mann, ich hab's vergessen. Wo war die Leiter? Warte, war das da? Das war da, querobisch, oder? Ich glaub das war da. Die verweiste Gruppe. Äh, na. Da. Hinten. Nein. Da. Ging's hier lang? Ah, nein, das war nicht hier. Wo war der Feuerdemon noch? Ist er nicht hier? Jo. Jo, jawoll. Bei den ganzen Skeletten und so. Ich lieber jetzt kalt machen sollte. Äh. Äh. Das ging mir ein bisschen viel zu impfen. Na gut. Okay. Und nur der ist? Ah. Hallo, hallo. Ja, ja, ja. Jedes Film mit deinem Spiel. Ich glaub da redet sich mit deinem Schild, also winkt nicht mit deinem Schild. Ich glaub der rückt seinen Kopf zurück. So. Da oben klar ist die Brücke. Äh. So. Bin ich schon mal gespannt. Genau. Hallo. Prima. Okay. Ah. Gehen. Oh. 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 Schwarzklingel. Katana. Halt den. Okay. Was kann ich? Wie kann das andere Katana? Das Ding ist wieder eingeschlafen, okay. Wo ist das andere Katana? Das Ushigatana. Wo ist das Ushigatana? Wo ist das Ushigatana? Spielen? Hä? Okay. Scheinbar in der Kiste. Egal, was steht dazu. Ein kurzes Katana des Schwertkämpfers und erlesenen Gastes des Hochfürsten wollen mir. Schwarz glänzende Klingel ist dick, aber kürzer. Kürzer als bei normalen Katanas. Kämpfer war Meister einer seltenen Technik, was sich im schweren Angriff mit dieser Waffe zeigt. Aha. Halten. Nimmt eine Haltzustellung ein, um damit einem normalen Angriff einen schnellen Ausfall blieb oder ein abwehrendes Barrieren mit einem schweren Angriff auszuführen. Damit einem normalen Angriff einen schnellen Ausfall blieb. Okay. Interessant. Traurig dafür? Ah, cool. Kann ich bei mir nie. Okay, okay. Aha. Oh. 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 Warte mal, was kann die nochmal? Halten. Nimm eine Haltestellung ein, um dann mit einem normalen Angriff einen schnellen Ausfallhieb oder ein abwehrendes Parieren mit einem schweren Angriff aufzubauen. Was hab ich da gerade gemacht? Was hab ich da gerade gemacht? Was hab ich da gerade gemacht? Ich hab doch gerade irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Egal nicht, dass ich jetzt hier die Mimik töte. Die für Schaden macht. Aha. Okay. Gut. Äh. So. Wenn man frutzt hier oder so. 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 die treppe hoch machen kann auch manno die ist noch da halt wie habe ich das jetzt an die bomben bringen nichts mehr durch das und skelette auch nicht die kämpfe nur gegen dämonenkönige das ist da nicht so toll Oh, oh, oh. So, ich hab die Klinge genommen, oder? Jawoll. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Oha. What? Uiuiui, okay. Ich wusste nicht, dass das geht, dass man diesem Angriff auch so ausweichen kann, indem man einfach hinter ihm steht, aber okay. Oh. Noch ein Haken auf unserer Liste. Äh, jetzt geht es hoch. Oder Trisister. So. So. Kreisen zu... Äh... Äh... Juria von Londor. Die Dame auf dem... Äh... Feuerschein. Okay. Äh... Buen AFK. Äh... Dahin. Da. 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 So, jetzt kommt das schwarze Ritter. Warum auch immer der eigentlich hier ist. So, hallo. Ich hab ne Idee, ich kann einfach vorbei. Oder erwischt er mich an der Leiter? Ach komm, mal gucken. Nein, der erwischt mich auf der Luft. Okay, aber der hat mich voll aus der Luft erwischt. Stellt euch vor, Flakgeschütze würden euch nicht durch Beschuss aus der Luft holen, sondern indem sie euch mit dem Schwert erwischen. Das ist für eine sehr skurrile Welt, oder? Oh. Ah, die Balliste. Hier sind wir noch da. Nein. Nein. Hier muss ich mich nicht unbedingt kümmern, ich gehe einfach da rein. Okay. Nein. Non, 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 non. So, jetzt da war. Kuckuck. Was? Was? Mal das genau. Was? Mann, die Nerven da war. Oh, Mann. Oh, Mann. Kling, kling, kling. Oh, das war Schmucki. Kling, kling, kling. Oh, das war Schmucki. So, erstmal du. Komm her. Oh, das war Schmucki. Oh. Oh, das war Schmucki. Was ist das? wird jetzt lang zu mir nur plus man hab ich es wird mir zu unbequem hier oh oh danke naja hohrenbetäubender gefuss kamera dreh dich bitte ich will sehen wohin okay so gut kommt der da der hinobi ninja 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 das ist gut es ist gut kein k jahre w jahre 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 Gibt es doch nicht. Was? Och, das ist doch nicht... Mann! 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 Hm! Ah! Neibutsch! Äh, da ne! Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, komm her, ich warte auf dich. So, in die Niere. Okay. Okay. Was? Was? Ich jetzt? Was? Okay. Okay. Oh Mann. Getting the Dark Zone. Ähm. Okay. Hey. Ui. Ja, komm. Woll einfach hin. Okay. Ah. Da. Hey. You're going to die. So, wo sind die Seelen? Alles klar. Oben. Du bist ja auch gut. Äh, wie heißt das Wort? Lästig, genau. Weißt du was für mich? Nein? Dann geh. Ah. Ah, okay. Ach komm, dein Ernst. Ah. Ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Petrollen wäre ganz gut, glaube ich, auf der Brücke Komm her, du Fuck Voll Goodbye Nice Das war jetzt gut Oh, du kannst schneller hochklettern Ah, okay Ja Okay Erstes Obergeschoss Höhlengang Gut Jetzt ist er wieder Boi 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 Okay Hey, das war una wartet So Oh 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 so der hat leider nichts ok ok nur einer aggressiv ist na gut dann kommt nur einer knapp nä 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 nö 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 nödä nö nö e 9 wir wir denn Ja, du... Yeah! Hi! Pim, pim, pim! Oh! Malina! Okay. Na, komm! In den Ring zu ziehen sollen die Blutungsresistenz, so... Blutungsresistenz, ne? Äh, Pönder! Für Blutungsresistenz, Mensch! Ich werde mich erwischen. Oh, die Rolle! So. So. Ah! Okay. Ah! Okay. Ah! Ah! Oh. Ah! ich dachte der war droht das gewesen dankeschön wieder was mit dem rücken ja jetzt kann ich die fp vollständig regenerieren tief durchatmen weiter geht's das reicht jetzt aber mal Hallo? Leute, Leute. Schau mal, ich sehe nichts. Boah. Der ist... Alter. Was habe ich ihm getan? Ja. Dumme, reg dich ab mit deinem Messer. Wie viel hast du denn davon? Du brauchst mich, da weißt du. Was waren es so viele? Oh Gott, ich wollte ja nicht rumspielen mit dem Essen. Oh Gott, ich wollte ja nicht rumspielen mit dem Essen. Nein. Reg endlich, bitte. Oh, jetzt habe ich gut durchgeatmet. Dankeschön. Uiuiuiuiui. Hallo, Trillister. So. Uiuiuiuiuiui. Oha. Hat die Knullochie oder was? Ich hoffe, das waren nur zwei. Das war ja nicht, dass da jetzt noch so ein Dritter kommt. So, da war der Kartus oben. Ich frag mich, wie man das da hingebracht hat eigentlich. Ah, da kann ich runterholen. Nice. Au. Alles klar, so hat man das Ding also runtergebracht. Was ist der aus Stein? Sind ich versteiner? Okay. Okay. Mhm. Gibt es hier was? Ah, ja. Wenn einer jetzt auch wacht, ne? Uh, mein Leuchten schmerzt. Okay. Oh, hier wird gut gemacht. Ich weiß. Mach das. Ah. Das ist ja cool. Ja, was? Hab ich da nicht gerade was gesehen? Nein. Okay, cool. Das, okay. Kann ich das wieder umschalten? Oh, das ist wirklich cool. Oh, das ist wirklich cool. Äh, gut. Kann ich das doppelt in eine Richtung drehen? Nein, kann ich nicht. Okay, gut. Das war das. Und jetzt? Was jetzt? Da und sonst sind die Krabben. Was ist das hier? Bin ich jetzt hier durch? Das sind die Magazine, glaube ich. Ähm. Oder auch nicht. Äh. Hier geht's jetzt nicht weiter. her. Bin ich hier durch? Okay, ich schätze mal, ich bin dann wohl hier durch. Da unten bei den Feuertemolen ging's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. 45 Minuten. Ja, ich glaube, wir sind hier fertig. Ah, okay. Okay. Da habe ich weiter. Okay. Ah, letztlich. Ja. Ja. Ja, ich bin nervig. lol roffel omega lui hier war wirklich weiter nix ich höre noch mal bei den ruinen dort nach bevor ich da runterhüpfe ich höre die krabbenkrabbeln nix hier was da ist auch nix alles klar aber der typ sind hier fertig ok dann geht es jetzt dort beim dämonen könig glaube ich weiter also da wo man die brücke hochklettern musste da nach hinten da geht es dann weiter also über die brücke geradeaus rein und nicht die brücke runter meine ich dann rechts wo dieser feuerdämon war und dann ja einfach weiter wenn ihr versteht was ich meine wie sind die eigentlich hier hingekommen ich meine ok das ding wurde scheinbar von den riesen hier gebaut oder da hingebracht aber sterbe ich nicht hier wie kommt man aber wie kommen die riesen hier runter doch keine ahnung äh oh 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 krass krass ok so weiter geht nicht so weiter geht nicht oh ok hier ist ein hüpf hier oder auch so äh da ist eine kabel gerade die spawnt da liegt aber auch nichts oder nein scheint nicht so zu sein ok alle hopp alle hopp alle hopp so nice ich hoffe der wurm ist nicht wieder die spawnt oder aufgetaucht das wäre blöd gut das war die realist da hier war aber sonst nichts glaube ich ob der haust du ihn aber auch nicht nein okay hier war nix hier war nix hier war nix Fischplatsch, Fischplatsch, Fischplatsch. Kennt ihr die Fensinfigur Fischplatsch? Hehehehehehe. Just fish. Nope, das ist der Typ. hier am rand mit irgendwas holt was auch immer Wie viele Krabben? Hä? LOL Ach ja Ich hab doch keine Heilung mehr Rolling Hey, Fin Blah Okay, da waren doch ein bisschen mehr Krabben als gedacht Nur ein Stück guter Rudel Äh, offiziell Ich hab da nichts gesehen Ich geh da nicht wieder zurück Ich bin hier fertig Okay, auf zum Leuchtfeuer. Uiuiuiuiuiui. Oh, echt? Nichts mehr? Okay. Ah, da, okay. So, nein, ja. Ja, Katakomben von Kartus. Okay, das war das. Das war's auch für diese Folge, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Also, wir haben jetzt offiziell... den Weg nach dem Feuer-Dämon geschafft. Jetzt geht es... Ähm... Wo war die Brücke? Jetzt geht es... Äh... Dahin? Dahin, jawohl. Jetzt geht es dahin. Und dann, wie es weitergeht, was uns dort oben bei der Brücke erwartet, äh, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, äh... Und auf Wiedersehen. Schreibt... Keine Ahnung, was in die Kommentare, wenn ihr wollt, oder... Kritik, oder was auch immer. Äh... Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, empfehlt mich bitte weiter... Die Views... äh... Äh... Ja... Und mal gucken, wie der Algorithmus weiter funktionieren wird. Bei mir. Äh... Tschüss.